Herzlich Willkommen zurück zu Ghostrun Wildlands. Mit dir bei der Fang Gamer falls er noch reden kann. Und nein, es ist eine neue Aufnahme. Das ist schon eine Woche her, also wir lachen noch immer. Grüß euch. Ich versuche aber auch darauf zu kriegen. Das heißt, wir haben uns besonders dämlich eingestellt. Wir sind immer am Top. Ja Leute, das ist die mystische Stimme, falls ihr sie hört. Das wird er nehmen. Ich will das da rausschauen. Oh, hinter mir kommt auch einer. Hinter uns! Oh! Alter, von wo sind sie? Le Hinterhalt! Le Hinterhalt! Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich bin dunkel dunkel rot. Und ich liegt gerade in meinem Saft. In meinem Ruh. Dann, in meinem Ruh. Nein, ich lebe ihn wieder. Ich lebe ihn wieder. Oh, da hat einen Schuss ausgeholfen. da hilft nur eins vorrücken ja jetzt wirklich oh da ja Dunkel, dunkel, jolt. Oh! Da sind ja noch welche. Da sind noch uhrviele. Oh! Boah, der Schiss ist zu zählen. Karate, Karate, Karate! Oh, da bist du so leise. Uiuiui! Puh, danke Rebell. Das war nicht Rebell, das war ich. Achso, ok. Ich hab gedacht, Schüsse sind seitlich kommen. Jaja, ich bin von oben. Hab ich runter. Na gut. Warte, da ist was. Die Punkte nehmen wir schon mit, wenn wir schon haben. Alter, wie komm ich da jetzt rüber? Gehen wir da auch so dumm. Was denn? So kann man auch beten, mit solchen Statuen. Die haben wir, glaub ich, in der ersten Linie eh auch gehabt. Das hab ich gar nicht gesehen sollen. Alter! Hinter dir. Was wird das jetzt? Das zerstört die Statuen. Äh. Tschüss. Baba. Wahrscheinlich gar nicht gehört zu haben. Boah. Und jetzt kannst du nicht sagen, dass du es geschafft hast. Woher? Und jetzt ist es da, dass du es geschafft hast. Und jetzt müssen wir es nochmal machen. Weil ich hab gar nicht gehört, dass der Zeit abläuft. Vor allem der eine Rebell hat jetzt überlebt. Der steht in der Mine und du bist tot. Aber wir kommen jetzt nicht mehr in die Mine rein. Mann, wir müssen jetzt eine andere Mission aber machen. Ja Leute, wie ihr gesehen habt. Es läuft gut. Schaust du wegen einer anderen in der Welt? Oder? Dann fahr ich da mal um ihn. Oh. 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 Ja gut. Oh. Warte mal. Was ist das? Oh. Oh. Wie sind die fahrfässig von den scheiß Panzern? Oh. 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 Alter. Das steht da wie Angst auf, Alter. Oh. Der Zivilist ist sicher tot. Was denkst du dir dabei? Alter, der Zivilist ist sicher tot. Was denkst du dir dabei? Okay, wir holen uns diesen Fertigkeitspunkt. Wir fahren einfach rein und zerlegen alles. Okay, und wohin? Da jetzt rechts. Na ja, die Straße dort... Nein, 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 die rechts. Andere ist rechts. Also, links? Na da jetzt rechts. Was machain. Da jetzt rechts. Andere ist rechts. Also links? Na da jetzt rechts. Wow. Da ist rechts. Aha. Der ist rechts. Andere ist rechts. oder wo ist denn Fertigkeitspunkt? Da links! Stopp! 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 So, da bin ich blind. Äh, die sehen uns gleich. Da haben wir dann sogar einen Heli. Äh... Der sich hängt irgendwie. Äh... Was, äh... Äh, unum. Alter, ich komm ja nicht draus. Na gut, dann kriech ich halt. Da oben ist er? Boah, ich werd' beschust. Oh! Alter! Da oben ist ein Fertigkeitspunkt. Mhm. Ich glaub, ah, den hab ich schon cold gehabt, letztes Mal. Oh-oh. Dann ab zum Heli weg. Scheiße, falsch. Das ist falsch hier links. Bist du drin? Hebe ab, hebe ab, ich komm schon. Ja. So, schauen wir mal, ob die Mine jetzt wieder aktiv ist. Bist du da was? Du j mainland. No-o-o-o-o-o, nope. Nop. No-от-o-t-nop. Wir könnten eventuell den fahrenden Einsatz machen, in Treibstoff, wenn du die Straße weiter fliegst. Äh... Andere Straße. Das Andere links. Dort wo ich mich kille. Das Andere links. Oh, was ich bei mir? Bei mir? Balmöder. Balmöder. Wie fährt der Affe? In die Richtung. Da gibt es immer eine Straße. Ja. Vorne bei der Kreuzung. Vorsicht, Baum. Oh, feindliche Truppen. Oh, heb ab, heb ab, heb ab. Warum? Die Minen da plötzlich, oder? Ich bin nicht beschossen. Okay. Er kommt gleich. Ladung ist scharf. In Position. Okay, ich hau ihn nicht mal weg, dass sie mich nicht sehen. In der Nähe treiben sich Gegner rum. Sie sehen dich, gell? Ja, ich weiß. Der hat ein Röst her. Oh. Was? Haben? Oh, tot. Oh, ich bin dunkel, dunkelrot. Der Heli ist ja mein Schrott. So kann man auch gegen das hütteln. Oh, keine Munition mehr. Du musst auf die Waffe wechseln, auf die Pistole. Mein Gott. Was ist da drin? In 10 Sekunden kann ich wieder eingreifen. Und? Dort. Oh, sie sind auch rausgegangen. Was? Warte, schau mal, wie die da drinnen hängen. Im LKW. Moment, da ist noch einer. Haben. Ja, die hängen halt ab. Aber so gut. So, die ist wieder da, die Mine. Na dann, machen wir erfahren. Oh, der fahrt sich schon. Ups, besser wollte ich sein, ist der Panzer. Aber da kann man wohl slideen, mit ihm. Jetzt bin ich falsch gefahren. Na, fahren wir wieder in 10 Blank. Oh. Oh, der hat 3,2 Kilometer. Ein Bett im Kornfeld. Das ist immer Freude, denn es ist Sommer. Und es ist nichts dabei. Die Unitat, sie hängt. Das war ein Sibiristo, vollidiot. Alles unter Kontrolle. So, wie jetzt Gott nicht gesehen. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist... Oh. Wart mal da. Wart langsam, 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 langsam. Okay. Okay. Oh, shit, jetzt habe ich die Mine gelegt. Verdammter Scheiße. Oh. Oh. Bist du schon drin? Jupp. Mal draußen noch Gegner sind dumm. Scheiße, hört ihr das Gepolter? Raus hier, bevor wir begraben werden. Oh, hab ich hängen. Ah, du musst schon raus. Ich bin nicht nur einer von deiner Stelle. Ist das noch einer da drin? Gleich nicht mehr. Sicher. Gott. La 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 la. Er hat sie eingesperrt und klar. Dann sind wir hier fertig, korrekt. Na gut, dann werden wir hier den Einsatz neu suchen. Haupteinsatz oder willst du noch irgendwas anders machen? Oh. Ich glaube, ich bin nur mit einer Menge drüber gekannt. Mission abgeschlossen. Das ist ein Scheiß. Oh, ja, nehm ich unabsichtlich gelegt. Ich wollte eigentlich eine Granate werfen. Ich würde schon sagen, Hauptmission, oder? Jawohl. Zerlegen wir die jetzt. Ich weiß nicht, ob ich tot bin, oder? Irgendwie fährt der langsam jetzt. Bin ich tot, oder? Alter, was? Jetzt bin ich tot. Aber warum bin ich gestorben? Weil er explodiert ist. Ach so. Ich wollte gerade aussteigen in der Banzel, aber langsam steige ich aus dem Tod. Du gehst nirgendwo hin. 1,3 Kilometer sind schwarz am Laufen. Fangen wir einen Rebellen ab, ob er uns mitnimmt. Ja, die nimmt er mit. Ja, der hat mich da weggenommen. Tu und Auto aufhalten, das ist nicht so gleich. Oh, danke. Oder? Tu und Auto aufhalten, das ist nicht so ganz. Du gehst nirgendwo hin. Du gehst nirgendwo hin. Moment, ich fahre. Nein, nein. So, Dali. 1,1 Kilometer. Ja, ja. Ja, überhaupt, wenn die Bareminen sind. Immer Waldstraße, oder? So, Leute. Die Fahrt werden wir euch noch zeigen. Dorthin, würde ich sagen. Ach so, du fährst so. Okay. Aber dann, die Hauptmission wird in einer neuen Folge stattfinden. Wirklich? Ja, weil wir es können. Das tust du mir an. Es muss Gliffhänger geben. Oh. Hast du kein Auto mehr? Oh, wir sind schon da. Ich habe mich dann nur umgeschaut, ob es so etwas Interessantes gibt. So. So. Da ist er ja. Bleib stehen, bleib stehen. Wir sind sonst zu nah. Munition hast du getankt. Uff. Oder? Dann haben wir hier wieder neu plötzlich. Ja, doch. Glaube ich eh, oder? Hoffe ich. Nach Tod, ja. Okay. Dann gehen wir da runter. Okay, Leute. Das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dann. Ja, würde ich auch sagen. Bis dann. Haut rein. Ciao.